Terme mit Klammern Wie löst du die Klammern auf? Bei Termen mit Klammern gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast ein Plus vor der Klammer, wie zum Beispiel x plus Klammer auf, 2y minus 5x plus 7y, oder du hast ein Minus vor der Klammer, wie zum Beispiel x minus Klammer auf, 2y minus 5x plus 7y. Steht ein Plus vor der Klammer, so darfst du die Klammer weglassen und weiterrechnen. Du kannst nach der Apfel-Banane-Regel die x zusammenfassen. 1x minus 5x ergibt minus 4x und 2y plus 7y ergibt plus 9y. Das war schon alles, wenn ein Plus vor der Klammer steht. Steht ein Minus vor der Klammer, so addierst du jeweils die Gegenzahl. Statt zu subtrahieren, addierst du nun alle Gegenzahlen in der Klammer. Die Gegenzahl zu plus 2y ist minus 2y. Die Gegenzahl zu minus 5x ist plus 5x. Und die Gegenzahl zu plus 7y ist minus 7y. Jetzt steht wieder ein Plus vor der Klammer und wir können die Klammer einfach weglassen. Aus plus minus 2y erhalten wir minus 2y und alle anderen Terme schreiben wir einfach ab. Zusammenfassen können wir x plus 5x ergibt 6x und minus 2y minus 7y ergibt minus 9y. Das war's schon. Gar nicht mal so schwer, Mann!